Sportler bringen eine ganze Menge an Qualitäten mit, die im Berufsleben förderlich sind. Das ist eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft. Es sind in der Regel Leute, die angstfrei sind, die sehr, sehr gut auf Menschen zugehen können, sind teamfähig. Es ist auch manchmal dieser sparkling moment, den insbesondere Hockeyspieler auch haben müssen, in einer bestimmten Situation etwas Bestimmtes zu machen.